So, 4 Minuten 55. Das heißt, bei der nächsten Bus heute werde ich euch alle mal durchchecken, Alter. Leibesvisite. Ihr könnt euch gleich ausziehen. Ich werde euch gleich mit dem Finger überall in euch einen A** um einen Hand gehigeln, bis ich was rausziehe. So, wie es die Busfahrer in der Wiener Linie heutzutage sollt machen, ne? AAAAAAAA! Boah! Alter! Boah! Boah! Das glaubt ja keiner! Steig raus, schnell! Das muss ich sehen! Wach auf die Tieren, du Schneebrunzer! Das glaubt mir keiner! Schaut dir das an! Schaut euch den Umstand an! Alter! Ich schief am Igel! Am Ganzen! Wie geil!